. Hey Jungs, sorry, ich werde verspät... Jungs? Hallo? Was ist das? Was ist das? Kann ich spielen? Wow, was ist das? Okay. Jetzt hat'sst die球. Das war's! Vielen Dank. aksel aksel Das war's für heute. Äh, äh, abseh. Voll geil, ich muss nichts erzählen, voll geil, ich muss nichts erzählen. Ich bin da nicht gekommen, ich muss eine Koblenmutter gelangen. Ich kann es mir wieder anziehen. Anfangs wieder komisch, aber dann ist es super geil, wenn man aus dem Geschirr mit der Ehrmutter so kommt. Einfach, du musst unbedingt auf mich machen. Scheiße, mach mich. Probier, ey. Das ist unglaublich. Was ist passiert? Hast du noch mal lange so vergeben? Ich fahre reingehen und nicht auf die Koblenmutter gelangen. Du hörst mal zu. Egal. Nimm das Ding, probier es an. Es ist die Show. Der Schittchenball. Und? Hörst du ein bisschen? Hörst du ein bisschen? Nein, ich bin sicher. Na dir nicht hörst du ein bisschen? Nein, du hörst es sogar. Guck mal, mach mal. Nein, es ist die Schittchenball. Egal, wenn ich muss gehen. Wir sehen uns. Tschüss, tschau, 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 tschau. Ich habe noch Probe. Ojo. 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 Ojo.